Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Hände weg, wo man der Versuchung widerstehen muss. Letzte Folge haben wir sehr sehr viel gesehen, ist jetzt für mich nur ein paar Sekunden her. Kite hat Harry eingesperrt in der Sauna, ich bin gespannt, wer ihn erstmal aus der Sauna befreit. Wir haben zwar nicht mehr den Stuhl gesehen, trotzdem ist es arschgefährlich, wenn ich in einer Sauna oder so eingesperrt zu sein. Entweder wo es um Hitze oder um Kälte geht, also ich finde das ist halt echt ganz schlimm. Da bin ich lieber in einen dunklen Raum oder in einem engen Raum eingesperrt. Wenn jemand Klaustrophobie hat, dann ist es natürlich eher nicht so geeignet, in einem engen Raum eingesperrt zu sein. Aber lieber das, anstatt an einem Ort, der zu heiß oder zu kalt ist, muss man sagen. Ansonsten, ich bin sehr sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Also jetzt kommt immer mehr dieser Kite, der jetzt auch Lust auf einen Quickie hat. Wir wissen aber noch nicht mit wem. Das wissen wir noch nicht. Außerdem haben wir auch noch hier von KassKlassenfahrt Jojo und TJ. Beide immer noch in dem Sinne aus- oder eingesperrt sind, je nachdem wie man es sehen will. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Von daher zeigt es euch jetzt schon mit einem Daumen nach oben, dass euch dieses Serien-React gefällt. Und lasst ein Abo da, werdet Teil der Top-Familie. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ganz ehrlich, mit deinen scheiß Lügen-Geschichten glaube ich nicht, dass du was erstes von mir möchtest. Harry, hast du dein Mädchen? Ich höre unter Kontrolle. Jungs, 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 Jungs. Heißt euch, willkommen zum Kaffee-Seminar, die goldene Pflaume. Entweder ich komme um 20 Uhr auf dem Zimmer und wir versuchen es, oder nicht. Ist das okay? Hey, guten Morgen, Baby. Hallo, was machst du hier? Ich wollte fragen, hast du vielleicht Lust auf einen kleinen Guten Morgen, Quickie? Warum sind Männer so? Nein! Wie meinst du das? Wie? Also bei mir, bei meinen Ex-Freunden war das immer so, die hatten immer Lust morgens. Also die waren richtig horny immer. Aber ich bin nicht deine Ex. Stimmt, irgendwas war an meinem Plan noch nicht 100%. What the fuck? Tutzenbock? Äh, nein. Dann frage ich dir einfach die nächste. Danke. Dann frage ich die nächste, what the fuck. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Hände weg. Die Show, bei der Männer und Frauen sich in Enthaltsamkeit üben müssen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten scheinen sich ihrem Schicksal gebeugt zu haben und sich mit ihren neuen Umständen abzufinden. Aber läuft wirklich alles nach Plan? Nee. Er schlummert unter dem Meeresspiegel, ein dunkles Ungetüm der Lust. Lass mich nie wieder los. Bissen wir nicht. Ich müte mich mal eben nur kurz. Keine Sorge, ich entmüte mich dann. Weil ich meine Flasche aufmachen will. Das ist sonst sehr laut. Lass mich los. Ich bin so confused. Unfälle passieren. Aber nicht alles ist wirklich ein Unfall. Wie weit darf man gehen, um jemand anderen eins auszusehen? So, alles wieder gut. ...zuwischen. Ist das nicht viel cooler, über den Dingen zu stehen und seinem Feindbild ehrlich und offen gegenüber zu stehen? Spaß, Leute. Ich liebe Drama. Hoffentlich hauen die sich alle die Fresse ein. Hey, Coach. Ich hab meine... Coach, warum liest du ein leeres Blatt? Benjamin, bitte. Du kommst hier hin. Ich lese hier gerade was, ja? Das ist ein kleiner Artikel aus der Bravo, wo es um Inti-Pickel geht, die ich vielleicht habe. Ich hoffe nicht, dass ich sie habe. Aber ich muss mich informieren, dann kommst du hier rein und quatscht mich vor. Okay, zwei Minuten, zwei Minuten. Ich habe eine Frage und zwar, es gibt so viele hübsche Kandidaten. Allerdings, die haben alle ganz schön hier. Ja, ja. Daumen hoch. Aber das ist ja das Problem. Ja, und ich spüre nichts. Ich sehe sie. Ich spüre einfach nichts. Schatzschwierigkeiten. Und rum? Nimmst du hier eine von den blauen Pärchen? Nicht Ecstasy. Weißt du? Ja, nein, gar nichts. Also, es funktioniert. Abends funktioniert es immer gut. Perfekt. Alles. Aber wenn ich neben denen sitze, wenn ich sie sehe, gar nichts. Überhaupt nichts. Nada. Ja, dann bist du wahrscheinlich jemand, der sich vielleicht ins andere Ufer orientiert. Was nicht schlimm ist. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, das dachte ich mir aber auch gerade. Hm. Oh, ist der Gönjabin, maybe, doch nicht irgendwie dann da mit jemandem, kommt der nicht zusammen, sondern eher vielleicht mit einem Jungen? Oder gar nicht mit jemandem? Hm. Okay, das ist interessant. Also, hätte ich nicht so mit gerechnet, also durch die Vorschau ja von der letzten Folge zu dieser, was nicht so offensichtlich, worüber ihr redet und mit wem er redet, das halt jetzt hier mit dem Coach spricht, genau. Ah. Also, hätte auf jeden Fall erstmal so insgesamt von der Geschichte was. Muss man zugeben. Sehr interessant. Ähm. Mal gucken. Abends funktioniert es, sagt er, aber irgendwie so, wenn er neben dem sitzt, nicht. Maybe hat es auch so was, so ein mentales Problem, kann auch sein. Maybe, wir wissen es nicht. Aber erstmal so Gedanken dazu. Mal gucken. Mal gucken, aber wie sich das neu entwickelt. Aber halt nicht in meinem Fall, ja? Wir sehen uns. Was? Nein, ich bin... Darum geht es nicht. Ich empfinde nichts für Männer, aber... Was würdest du sagen, findest du an mir am attraktivsten? Als erstes auf jeden Fall deine Augen. Die sind so wie von Bambi. Kennst du Bambi? Ja. Dankeschön. Ich finde die echt schön. Also, können wir... Ja, das stimmt. Vielleicht die nächsten paar Wochen reingucken? Ja. Okay. Gerne. Gerne. Dann gibt es doch irgendwas, was du an mir besonders findest? Ja, also ich finde, du hast einen richtig schönen Modelgang. Wirklich? Das sieht richtig schön aus. Ja. Wie krass. Das erfülle ich. Und bei dir finde ich auch noch toll dein Kleidungsstil. Du hast wirklich Geschmack für Mode. Dankeschön. Und dein Attraktivitätslevel ist einfach von Skala 1 bis 10, äh, 19. Dankeschön. Ich dachte, was ist da kommt denn jetzt? Bei dir auch, du hast so ein richtig schönes Gesicht. Das kann man so richtig schön fotografieren. Baby, halt mal kurz die Fresse. Guck mal, man sagt eigentlich, ein Kuss sagt mehr als tausend Worte. Okay. Sorry, 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 wenn ich da eigentlich kurz unterbrechen dürfte. Übrigens, Kuss sagt tausend Worte, sind wir bei deinem Röschen? Auf jeden Fall, wenn ich da kurz eine Geschichte erzählen dürfte. Ich war damals bei einem Polizeieinsatz. Oh, irgendwer hat was geschrieben über ihn. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Irgendwer hat mir da was zugeschrieben. In den Kommentaren. Irgendwie so. Das ist eher so. Der war ja auch schon als Jesus verkleidet. Oh, ich komme gerade nicht mehr auf den Kommentar. Es tut mir so leid, jetzt hier live im Video, dass ich nicht darauf komme. Aber ich komme gerade nicht drauf. Aber irgendeiner hat zugeschrieben, ja, irgendwie welche Rolle er hat oder irgendwie so. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Das ist halt jetzt echt. Ja, ich komme nicht mehr drauf. Aber irgendwer hat mir was dazu geschrieben. Und dann, das war komplett weird. Auf jeden Fall, er muss sich in so eine Bar rein. Ja, weird, das ist eher. Und ich zack, drehe ich die Tür auf. Ihr so, hoho. Alle so, aah. Auf jeden Fall, ey, Freunde, ihr kommt darauf gar nicht klar. Der Typ sieht mich, er rennt direkt los. Hinter Tür, ich direkt hinterher. Er rechts, ich links. Und dann überall Kreuzfeuer. Und dann, auf jeden Fall, als wir dann zu dem Moment kamen, wo ich ihn verhaften sollte. Und ich schrei, auf den Boden. Weißt du, was passiert ist? Weißt das einer von euch? Nee, könnt ihr auch gar nicht wissen, weil ich nur ruhig dabei war. Auf jeden Fall, ich hol den Knöpel raus. Ich schlag auf ihn ein. Auf einmal, der Typ will eine Bar ziehen. Das ist falsch mit ihm. Ich glaube, das war eigentlich sein Personalausweis. Also auf jeden Fall, ich schlag weiter auf seine Hände ein. Und das hat sich rausgestellt. Und das war das Lustige dabei. Das war mein Arbeitskollege. Da war der Undercover am Arbeiten und ich bin auch einer der Besten von meiner Sorte damals gewesen. Ich bin so standiert, wenn du das fragen würdest. Ja, schönen Tag. Ciao. Was war denn das für ein Sch***? Das ist auch so ein gewisses Cringe-Level hier gerade. Das ist hier wieder so ein gewisses Cringe-Level, was hier gerade erreicht wurde. Leider kommen ja aktuell nicht die Kassklassen verfolgen. Ich kümmere mich weiterhin darum, dass es irgendwie funktioniert. Kann aber sein, dass es dauert und ich irgendwann erst dann die Folgen zur 10. Stoffel hochladen werde. Muss ich gucken. Also ich muss das insgesamt so versuchen zu klären. Aktuell versuche ich Kontakt zu Jonas Ems und Jonas Wuttgab aufzubauen. Tatsächlich, um irgendwie mit denen darüber zu schreiben. Nur, warum komme ich jetzt darauf, ob ich jetzt ihn hier oder Herr Storch-Cringer finde. Er war ja zwar nur hier eine Sequenz, aber wenn ich mir so vorstelle, dass er nur diese Momente hat und die mit Herrn Storch vergleiche. Das würde ich tatsächlich irgendwie, Herr Storch, ich weiß nicht warum, immer noch auf eins setzen. Das ist seit langem, so von Web-Serien-Formaten, einer der cringigsten Charaktere, die ich je gesehen habe. Spaß hier, Alter. Ja, also, da ist das schon irgendwie süß, oder? Und vielleicht ist das ja der perfekte Part für mich. Ja, immer ein bisschen schwierig. Man hat so seine Hormone, die deinen zu verrückten Sachen treiben. Aber du musst aufpassen, nicht? Du hättest da ohnmächtig werden können. Und nur weil du ein bisschen horny bist, heißt das nicht, dass du so einen kranken Scheiß machen musst. Und wenn du wirklich sowas durchziehen willst, dann hol dir jemanden, der aufpasst, dass, wenn du ohnmächtig wirst bei einer deiner Spielarten, das ich auch wiederbeleben kann, hier, CBD-Defibrillator. Ich wurde einfach nur eingesperrt, Bro, in der Sauna, Dicker, von irgendwem. Und ich weiß, keine Vermutung, ja. Also, wenn dem so ist, finde ich nicht in Ordnung, dass es Leute gibt, die sowas machen und dafür wirklich gleich sperren. Kann doch mal was hier. Ich wusste doch nicht, dass du seit zehn Jahren da an der Cover arbeiten hast. Ich bin seit dem Tag nicht mehr derselbe. Yo, was ist denn hier los? Ah, quatscht ein bisschen. Ah, die Geschichte eben von diesem Polizisten und wo er ja diese Story erzählt hat, diese komische, dass er ja dann jemanden niedergeknüppelt hat und dass es sein Arbeitskollege war. Das war der Coach. Macht nach diesem Gespräch oder nach diesen paar Sätzen Sinn. Na, er hat hier wieder Dings. Was soll hier los sein, Alter? Das war safe du, der mich in der Scheißsauna eingesperrt hat. Ja. Was redest du da, hast du wieder Wahnvorstellungen? Mann, der ist eine Gefahr für die Gruppe. Wir müssen langsam mal was machen gegen den. Alter, lass dich nicht von seinem komischen, äh, ich bin so schön und äh, lächelnd lenden, Alter. Wirklich, äh, Quatsch, scheiße. Und der hat mich wahrscheinlich in der Sauna eingesperrt. Ja. Hast du Angst, Botter? Träum weiter. Äh, äh, Vengardium Leviosa. Alles klar. Was ist denn los mit mir? Ich komm nicht weg von dir. Lass mich nie wieder los. Hey, Dreis, kommst du kurz mit... Was ist los? Was? Alles gut bei dir? Nicht so gut, ey. Warum? Was ist das? Unser ständiger Machtkampf. Ich hasse das. Es ist voll anstrengend, immer der Beste zu sein, weißt du? Dann sei es nicht. Weißt du was? Ich hab was Cooles für dich. Probier doch mal so ein Vitaminshirt. Ich glaub, das hilft dir. Was ist das? Was soll das bringen? Na, Vitaminshirt in dein Körper, damit du wieder ein bisschen fitter bist. Was meinst du denn? Ja. Das schmeckt gut, komm. Ja. Oh, das schmeckt echt lecker. Hm. Hm. Wow. Boah, irgendwas passiert gerade mit meinem Körper bekrass. Boah, ich merk, wie das durch meine Adeln fließt. Hä? Mh, mh, mh. Warte mal. Was hast du mir da gegeben? Geh was, was? Nein, was? Du solltest, würde ich gleich abheben. Was? Yo. Wuhu. Nein, nein, ich bin fast. Du hast für dich aber cool. Shape World einmal pro Tag? Jetzt verstehe ich, warum man es nur einmal pro Tag nehmen sollte. Aha. Mit diesem Stück Drachen. Ah. Ich... 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 Ich habe noch einen Prison Break gesehen, weißt du? Ich habe doch gelacht, wenn ihr hier nicht rauskommt, wenn die es sogar schaffen, aus dem Knast zu kommen. Ich muss hier... Oh Gott. Ich wünsche dich, wäre auch so positiv wie du. Ich meine, wie du das immer machst. Du bleibst hier immer treu, du. Hast die Fähigkeit, die nicht jeder hat, sich auch immer zu reflektieren. Nicht Partei zu ergreifen. Sondern einfach... Hört doch mal die Fresse. Ich versuche hier doch gerade... Oh. Lol. Der absolute Umarmer. Ich bin frei. Ich bin frei. Oh. Oh. Warum hat er die Tür wieder zugemacht? Warum hast du das gerade gemacht? Ja, super kalt. Kommt voll der Zug rein. Nicht, dass sich jemand von uns erkältet. Aber komm schon, Titek. Wir sind frei. Wuhu. Hallo, du hast die Tür wieder zugemacht. Oh Gott. Hä? Was ist falsch mit Jojo? Die waren... Die waren frei, wenn man es so sehen will. Titek gibt sich da die Mühe. Bricht die Tür auf. Schafft es, die Tür aufzumachen. Selbst wenn er versucht hätte, eine Hand dazwischen zu legen. Jojo hätte es irgendwie trotzdem geschafft, die Tür zuzumachen. Anstatt dass er sich... Instinktiv erstmal selbst... Dass er erstmal die Jacke selbst zumacht, anstatt die Tür zuzumachen. Diesen Reflex konnte ich gerade null nachvollziehen. Wenn mir kalt ist, mache ich entweder A, das Fenster zu oder B, ziehe mir irgendwas Wärmeres an. Wenn der Raum oder irgendwie die Begebenheit kalt ist. Also, das macht so gar keinen Sinn. Wirklich gar keinen Sinn. Beider, Beidung nach. Haha, du hast geblinzelt, du hast verloren. Oh, ich hab kurz nicht aufgepasst. Holly, erzähl mal, wen findest du hier interessant? Also, da gibt es schon einen. Aber es bringt sowieso nichts, darüber zu reden, weil ich darf nichts mit ihm machen vor der Ehe. Also, ich glaub' ja, das ist dreistlos. Nein. Ich find' den sehr arrogant und dreist. Nein, es ist nicht dreist. Lügest du mich grad an? Nein. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Göniamin an uns Mädchen kein Interesse zeigt? Oh-oh. Ich bin, denke ich. Sollen wir ihn mal so testen? Ja. Ja? Ja. Hast du dich verlaufen, oder was? Nein, hab ich nicht. Aber, ähm, ich wollte dich fragen, ob du kurz Zeit hast, mit mir zu reden. Ja, Zeit schon, aber der Lust dazu fehlt's mir ziemlich. Ich wollte an dem Abend wirklich noch in dein Zimmer kommen. Wirklich. Aber irgendein Wichser hat mich in der Sauna eingesperrt und ich bin fast veröckt. Hörst du dir manchmal selber zu? Deine Lügen glaubt ihr doch in den Mahns. Aber jetzt seht ihr ja die Wahrheit. Hört auch ganz leid, packst du ihr am Arm. Kämpf um die Liebe. Aber die kissen sich nichts. Oder? Doch. Oh-oh. Damit haben wir nur 85.000. Gut, schreib mir mal hin. Sind nur 85.000 zu gewinnen. Mensch, so schnell kann es gehen. Tja. Und die beiden wollen jetzt Gönnjabin testen, verführen, was weiß ich. Alter, sind das wieder Rosenblätter. Erstmal auf dem Bett springen, yo. Ich muss zugeben, geiles Bild gerade, schwarzes Bild. Warte, ich mach da mal eben zu. So als Kind, ich glaube, ich bin tatsächlich nie auf Betten gesprungen. Also ich sag mal, das ist ja immer so, ne Klischee ist das falsche Wort, aber sehr viele Kinder springen irgendwie so mal auf Betten oder so. Aber ich bin irgendwie nie, soweit ich jetzt weiß von meiner Erinnerung her, kann sein, dass ich auch falsch liege, aber ich glaube, ich bin nie so richtig auf Betten gesprungen. Ähm, ich war tatsächlich immer eher so einer, ich bin sehr, sehr gern geklettert. Ich war draußen Bäume hochgeklettert in dem Sinne. Da hatte ich so Spaß als Kind. Ähm, das hat mir tatsächlich immer so Spaß gemacht. Oder diese Kletterparks, da bin ich dann auch immer so geklettert. Ähm, hier diese, oder so Spielparadies. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber da war ich als Kind vielleicht drei, vier Mal oder so insgesamt. Äh, da wurden Geburtstage gefeiert, seitens meine oder auch von Freunden. Und wo man dann, boah, äh, zum Schluss immer so ein Bällebad und da muss man immer so Etagen hochklettern, ähm, so Parcours mäßig. Fand ich richtig cool als Kind. Keine Ahnung, warum ich grad daran denken muss. Super Leitung bei mir. So, uh, oh nein, wir haben das jetzt voll unordentlich gemacht. Ist doch egal, als ob Männer das überhaupt auffällt, dass wir was gemacht haben. Na gut. Gön Yami! Hm? Gön Yami! Ist doch mal die Salkstange. Weg fällt die aus dem Mund, ich seh's schon. Halla! Es ist Zeit für ein Abenteuer. Oh, oh. Ich hab ein kleines Problem. Man kann mit der Technik das sehr viel rausholen. Hey! Ah, kann man die Tür. 97! Sind die beiden auch noch auf nem Date? Denkst du überhaupt, dass sie mir treu bleibt? Ich wollte dir sagen, ähm, ja, ich find dich ja auch ziemlich attraktiv. Oh, oh. Ja, mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Also, in der nächsten Folge kann einiges in dem Sinne passieren. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Mal gucken. Also, Kapilatur. Wir hatten aber schon mal eine Vorschau, da sollten die auch da sein. Und waren sie nicht da. Deswegen mal gucken. Ähm, ansonsten sind, ähm, Reist. Äh, nee, nicht Reist. Nicht Reist. Ich, äh, Kite. Sind Kite und, äh, Francesca auf Date. Ähm, mal gucken. Und mal gucken, was mit Gönnyamin, mit, äh, Chloe und mit Randa ist. Ich bin sehr gespannt. Ja. Nächste Woche geht's dann weiter. Nächste Woche Mittwoch schauen wir uns dann die siebte. Und heute in einer Woche kommt dann auch schon die letzte Folge, die achte Folge. Ich bin sehr gespannt, wie insgesamt noch diese Serie, dieses Format hier endet. Von daher. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Werde Teil der Top-Familie. Will ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns in einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Morgen, denke ich mal. Ansonsten, wisst ihr, was zu tun ist, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Glocke aktivieren vor allem. Und mir wird dann nur noch zu sagen. Anpfiff, abpfiff, tor. Tschau, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.